hallo in meinem monitor tool channel und jetzt ist schon ein bisschen länger her wo ich das letzte video gezeigt habe und da möchte ich mal zeigen was es neues gibt bei rotznew habe ich hier beschrieben das ist jetzt dass ich den trade kopierer von fxblue integriert habe und mit dem trade kopierer kann man jetzt die trades vom dem account zum real account verknüpfen so dass wir wenn ein er gut auf dem account läuft dass man ihn zum beispiel auf dem real account auch laufen lassen kann die werden einfach verknüpfen die trades werden einfach rüber kopiert außerdem werden hier neue die videos hier auch im working with monitor tools kommen die neuen videos rein das sind hier und die nächsten kommen dann hier drunter ok als erstes möchte ich zeigen wie der update geht ihr habt wahrscheinlich noch die alte version glaubt 480 0480 war die alte version und dann werden wir jetzt erst mal ein update machen so hier ist das monitor tool das werde ich jetzt erst mal beenden einmal auf dem button klicken ob es auch beendet ist ja ist weg jetzt laden wir von der webseite die neueste version mal runter dann gehen wir erstmal im download bereich und hier oben am 25 4 ist die neueste version dann klicke ich einmal drauf und mache ich einmal download trotzdem herunterladen und jetzt lädt er die neue version runter die speichere ich erstmal jetzt hier im temp bereich oder irgendwo c temp und speichere die mal ab so der ist gleich fertig schon fertig ok jetzt werde ich den mal aufrufen und weitere informationen und trotzdem ausführen ok jetzt macht er den update das geht vollautomatisch schlägt mir gleich mal vor oder dann installiert ist so das dauert hier ein bisschen einmal ok klicken und ich kann ja mal gucken wenn ich hier im no install in the different directory klicke mache ich einmal next c forex monitor tool der fahrt stimmt hier also und dann mache ich einfach next und jetzt noch mal next klicken jetzt installiert er den update und ja das ist jetzt soweit gleich fertig ist ready finished so einfach geht der update vom monitor tool jetzt habe ich die neueste version drauf wenn ich die einfach starten möchte nutze ich den alten button hier monitor tool production systems und klicke hier einmal auch drauf auf das monitor tool und wir sehen hier oben die neueste version wir gucken mal ein bisschen hier rein was sich geändert hat ah ja jetzt kommt der history exporter was updated macht dann automatisch ein update zu den ganzen metatrader die ich installiert habe da ist so ein ea der die trades exportiert den musste er immer haben da gab es auch eine neue version hat er hier ein update gemacht ok gehen wir jetzt mal nach files und config hier sehe ich zum beispiel die standard sachen die drin sind hier kann ich einstellen zum beispiel show max trades table size dass ich mir 200 er ist maximal auf einmal darstellen kann in meiner liste hier ist die max pong time zeit das ist zum beispiel die zeit der die metatrader werden überwacht und wenn ihr jetzt zum beispiel nach 180 sekunden sich nicht mehr melden dann sieht das hier so grau aus an der rechten seite und dann weiß ich da stimmt was mit dem metatrader nicht entweder er ist abgestürzt oder er ist nicht gestartet oder irgendwie sowas und ja das ist dann einfach so muss man gucken was dann los ist hier kann ich noch meine myfxbook daten eingeben einmal den den usernamen und hier kann ich das passwort eingeben nur wenn ich möchte ich kann das auch nachträglich machen wenn ich das nicht mitmachen möchte dann kann ich das trotzdem installieren aber dann nachträglich das passwort einsetzen ja das wäre es erstmal hier in der config da hat sich nicht so viel geändert und jetzt gucken wir mal hier weiter was jetzt dazu gekommen ist ist dieses mit dem mit dem mit dem trade copy channel also mit dem trade kopierer klicke ich hier einmal zum beispiel auf so ein ich klicke hier einmal drauf auf so einen broker in dem au drn test 4 den metatrader da gehe ich mal edit broker und habe hier die konfiguration von dem das ist ein demo account hier sagt er mir wo der metatrader installiert ist und hier wo die handelsroboter drin sind jetzt wenn ich den hier klicke den button dann installiert er mir gleichzeitig den myfxbook egal und stellt mir gleich die verknüpfung her jetzt kommt auch was neues diesen fxblu trade kopierer den nutze ich jetzt immer standardmäßig und mache ich diesen button hin und der kopiert dann die trades zum real account ja und ich muss natürlich jetzt mal metatrader auch sagen was ist denn der real account hier oben habe ich definiert dass das ein demo account ist ich habe den metatrader jetzt auf dem account installiert und das erstmal gut so und da muss ich hier sagen den verknüpfe ich jetzt mit mit dem mit dem real account und der real account heißt gbebroker real genau das habe ich jetzt erst mal gemacht den historiexporter den brauche ich immer ja und die magic hat automatisch gesetzt das heißt wenn ich jetzt den verknüpfen möchte den dem account mit dem real account nutzt er immer einen kanal mit dem man kommuniziert und das ist die nummer neun in diesem fall so da kann ich jetzt einfach die lot size noch setzen hier ich setze hier einfach mikro lot hier oben das reicht mir so erst mal für meine demo accounts und auch hier ist auch noch ein button dazu gekommen wenn ich den hier mache zum beispiel lockt alle jahres und bis account dann heißt das ich darf die erst nicht mehr löschen das kann sein das nutze ich dann wenn ich wenn ich erst habe die ich jetzt immer sichern möchte dass ich die aus versehen lösche das ist ein schutz halt dafür genau und will ich aber jetzt nicht nutzen weil ich will ja auch mit der zeit auch die schlechten jahres löschen meine idee ist installiere die jahre ist ich gefunden habe auf dem account und gucke mir die immer jeden tag oder jeden zweiten tag an und lösche dann einfach die schlechten jahres das einfach eine einfache sache dann ich werde nachher auch ein beispiel mal zeigen wie das funktioniert wir gehen in meine live accounts und meine demo accounts und gucken mal die ergebnisse an die ich also erzielt habe das machen wir dann im nächsten video erstmal möchte ich hier so ein paar grundlagen noch zeigen wenn ich jetzt diesen button hier drücke install all die jahres dann installiert das machen wir auch mal jetzt installiert hat mir alle jahres die ja auf diesen diesen strategien im einsatz verzeichnet sind die werden alle auf diesen broker installiert das brauche ich jetzt alles nicht mehr per hand machen das geht alles automatisch mit dem monitor tool und das mache ich jetzt einmal und wir sehen hier die installation ist ready da alle installiert jetzt gehe ich einfach mal save config und damit ist der demo account fertig wir gucken uns noch mal den real broker an das ist der gbe broker real das sollte ein real account sein wer möchte kann einfach mal einen demo account nehmen und sagen das ist ein real account und kann sehen ob das funktioniert oder nicht also ich habe jetzt hier nochmal drauf geklickt machen wir nochmal wir klicken gbe broker real drauf machen dann wieder edit broker und dann zeigt er mir die informationen zu diesem broker an hier habe ich gesagt dass ein real account und hier ist er installiert also noch eine besonderheit ich sollte die nicht ins windows verzeichnis installieren die metatrader ich habe nutze hier d forex mt4 zum beispiel und dann gbe broker real da ist er installiert die sollten wir nicht das windows verzeichnis nehmen weil da noch spezielle protection mechanismen drauf sind die möchte ich dann eigentlich gar nicht hier kann ich auch dem myfx book er installieren kann ich machen okay mache ich in diesem fall mal wir sehen hier auch dass hier der real account denn die connection zum real account das kann man jetzt nicht mehr anwählen weil das ist ja ein real account und deswegen kann man ja nichts anwählen hier gibt es noch ein trade suffix das ist eine besonderheit zum beispiel weiß pepperstone heißen die ganzen currency pairs die heißen nicht euro usd sondern die heißen euro usd punkt er und da muss er wissen wie die verknüpfung ist er muss ja wissen in dem account will er traden euro usd und jetzt muss er wissen was er jetzt auf dem real account redet wenn ich bei pepperstone zum beispiel den nutzen möchte würde ich würde ich punkt er eingeben und für den trade suffix brauchen wir erstmal hier nicht wir sagen einfach mal save config und der real booker ist jetzt auch sauber konfiguriert so im nächsten step gehen wir mal einfach mal hin wir starten die metatrader heute ist sonntag da sollte nicht viel passieren aber die metatrader werden einmal gestartet heute wird ja nicht gehandelt zum beispiel euro usd wird heute nicht gehandelt und die metatrader werden jetzt gestartet hier unten sehen wir zum beispiel schon da ist schon einer gestartet und der zweite dauert noch ein bisschen wenn wir hier ein bisschen rechts scrollen sehen wir auch die account number können wir hier gucken 945 endet der real broker da können wir hier unten hingehen da sehen wir hier das ist der real broker so jetzt habe ich einmal den demo account gucke ich mir jetzt mal hier an was hier passiert ist hier sehe ich zum beispiel hier ist eine er darauf installiert worden gbe broker wir haben gerade ich sehe gerade wir haben einen test gestartet und installiert dann sollten wir diesen auch verwenden den müsste ich erstmal einschalten und diesen gbe broker brauchen wir jetzt erstmal nicht den schalten wir wieder aus beenden wir nochmal so und jetzt starten wir nochmal so jetzt sind die metatrader gleich nochmal installiert das ist der real broker die 945 man sieht dass hier der dreh copy ist hier rot eingezeichnete fx bootdreh kopierer der wartet jetzt auf die auf die sender und hier kann ich unten durch klicken das sind die verknüpften accounts wir hatten lade aodn r4 ja der ist noch nicht drin sehe ich gerade der ist erst aktiv wenn ich den installiere ich muss noch mal stoppen wir gehen da jetzt noch mal rein das sind hier die ea's die auf dem aodn broker 1 laufen und wenn ich jetzt eine ea verknüpfen möchte mit dem real account dann muss ich den anschalten und hier sehe ich zum beispiel on und sagt mir welche broker eingeschaltet sind welche welche handelssysteme eingeschaltet sind das sind diese drei stück dann klicke ich auf diese taste show profit das mache ich jetzt einmal und dann zeigt er mir alle ea's an wie die handeln und ob die eingeschaltet sind und wie es aussieht kann ich hier durch scrollen kann ich mir die equity kurven angucken und gehe dann einfach hier durch und jetzt steht zum beispiel bei diesem handelsroboter der ist schon connected zum real account und das sehe ich einmal dass die farbe grün ist von der equity kurve hat erst einen trade gemacht das ist nicht viel aber das sollte zu dem und zwecken reichen ich kann hier abschalten wenn ich einmal trade copy on und off mache dann wird er abgeschaltet jetzt sehen wir das ist verschwunden hier connected to real account und ich kann aber wieder einschalten jetzt zeigt er wieder connected to real account gehe ich also so durch die handelssysteme durch und gucken welche gut treten und welche nicht hier unten sehe ich zum beispiel take profit stop loss und dann kann ich sehen die equity kurve und kann dann meine entscheidung treffen was ich auch machen kann ist zum beispiel lot size setzen ich setze ihn mal ein bisschen hoch hier weil ich denke dieser jahr dreht gut ist in diesem fall nicht so aber ich setze ihn einfach mal hoch und dann setzt automatisch die lot size das ist eigentlich eine feine sache also brauche ich gar nicht mehr in die metatrader reingehen mache ich alles über dieses config menü wenn ich irgendwann der meinung bin ach der ideal ist zum beispiel dieser hier oben der handelt aber schlecht dann lösche ich ihn einfach mache ich einfach delete dann zeigt er mir an deleted und die buttons sind hier ausgegraut und der wird dann gelöscht ich klicke das ganze hier oben weg bei schließen oben mache ich nochmal show all data gehe dann auch mal noch gwe broker und sehe dann hier einen habe ich eingeschaltet ah ne wir sind auch falsch wir waren audn test 4 gewesen 3 sind eingeschaltet wir schalten nochmal einen ein um zu gucken ob der vierte dann auch an ist gehen wir mal davon aus dass der gut ist dieser hier den schalten wir mal ein zack eingeschaltet und gehe ich raus klicke jetzt hier nochmal drauf und sehe vier wenn ich jetzt starte schaut all metatrader dann kann ich sehen dass die systeme dann laufen das wäre erstmal der update habe ich jetzt ein update gezeigt ich habe jetzt auch gezeigt diese neue funktion hier die das schön übersichtlich darstellt ich werde jetzt noch mehr beispiele an meinen laufenden system mal zeigen wie ich damit auch im alltag arbeite das ist ja ganz interessant da zeige ich euch super systeme wie ihr dann reich werden könnt bis zum nächsten video würde ich sagen bis zum nächsten mal Untertitelung des ZDF, 2020